Hallo, 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 hier ist wieder Schoki Manoki mit einer wunderbaren Sendung. Schoki Manoki zockt für Bärenherz, die Stiftung in Wiesbaden für das Kinderhospiz Bärenherz. Wer da spenden möchte, kann gerne auf der Kontonummer, die jetzt eingeblendet wird, spenden. Aber Schoki Manoki wird zocken und hat ein paar Spender organisiert, die jetzt werden jetzt auch nicht mehr eingeblendet. Und die vervollständigen das Spendenkonto und wir werden jetzt um 10 Euro zusätzlich spielen, nämlich Mau Mau und werden das dann in dieses Sparschweinzeug hineingeben. Also, jetzt wird spielen der Mark Hagenberg, unser Metallist, der Christian, der Radiohockenrollstar, der Bassist von The Morning Pints, der Rosé, der Illustrator und der Gottfader of Schoki Manoki. Hallo. Was ist denn jetzt los? Ja, und Talos, komm, zwei Karten für jeden. Speed, Mau Mau, hoffentlich wird es auch Speed sein. Auf jeden Fall. Wollen Sie die 10 Euro schon mal reingeben oder warum liegen sie? Ja, sicher, sicher. Muss ich auch mit der Kohle so einfach so rum, oder was? Und los geht's! Sind das alle Karten gewesen hier? Ja, hinkt sie schon. Gar nicht. Herz. Kreuz und Mau. Herz und Mau. Du hast nicht Mau gesagt. Ja, ich weiß nicht. Ist dir aufgefallen. Ist dir gut aufgefallen. Was hast du dir gewünscht? Herz. Herz. Hab ich. Mau. Sag ich Kreuz, bitte. Und Mau, Alter. Gerade so. Das war's. Nee. Mau Mau. Oha. Du Fuchs. Nee, alter Fuchs. Du bist so schlau, aber so stinkig. Richtig. Nee, weiter. Mau Mau. Alter. Ich bin da am ziehen. Ich hab da was. Jawohl. Nope. Mau. Ich zieh. Kann sein? Nee, nee. Ich mach so nur die Karten. Ich bin. Nee, war schade. Jetzt wirst du. Okay. Nee. Mau. Na, auf. Nope. Das gibt's doch gar nicht. Was ist denn los? Muah. Na, wie sieht's aus? Guck dir das an. Das ist echt geil. Jawohl. Mau. Nix. Ah. Mau. Na, wie sieht's aus? Leicht doch. Das ist nicht zu wenig. Hast du jetzt gesagt? Ja. Und? Pujani? Der? Ja, ich brauch nur noch zwei Karten. Eine hab ich schon mal. Die nerven dann bis zum Zerreißen. Okay, zum Zerreißen gespannt. Kostet. Josef. Mau. 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 Weiter. Mau. Speed, speed. Ich wünsch mir Herz. Jawohl, Mau. Jetzt läuft's, jetzt läuft's. Da machst du den Regen schon bei der Schnell. Richtig gut. Jetzt brauche ich nochmal viel. Jetzt nur die richtige Karte für mich. Ja. Und? Mau. Jawohl. Ich bin draußen. Tschüss. Ich hab den Diod. Ich hab den Diod. Bis morgen. Tschüss mit Ö. No. Oh Mann, ey. Ne. Mau. Oh, mach das nochmal. Das war ein schönes Karte. Mau. 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 Ich schicke mal die Kribe auf die Kackteile. Wie siebener hat das Kartenspiel. Vier. Genug. Warte, warte, warte. Mau. Und ich wünsche mir Pieck. So einer ist das also. So einer ist das. Caro. Kannst du nicht? Yeah, Speed. 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 Ich leg mich kurz hin. Mau. Speed. Mau. Mau. Das ist so schnell, ich kann dem Ganzen schon nicht mehr folgen. Mau. Jawohl. Sehr gut, sehr gut. Mau. Mau, Mau. Mau. Wow. Ja. Das war Speed, Mau, Mau. Yeah, yeah. Speed. Aber sowas von Speed, Mau, Mau. Ja, hier, guck mal. 10 Euro bitte in die Kasse rein. Für Bärenherz. Früher muss zahlen. Ich sag, cheerio mit Sophie. Tschüss. Tschüssi. Tuki bei Noki. Top für Bärenherz. Klickt beim nächsten Mal wieder rein, wenn eine neue Folge online geht oder abonniert unseren Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Aktiviert dabei auch die Glocke, wenn ihr wollt, damit ihr eine Nachricht erhaltet, wenn eine neue Sendung zur Verfügung steht. Und Daumen hoch nicht vergessen, wenn euch die Sendung gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020